Damit haben wir im Grunde an unsere Straßen das Ganze hier angeschlossen. Hallo und herzlich willkommen zur 219. Folge Minecraft Vize-Biest hier auf dem Multiplayer-Server. Ja, wir mussten gerade mal so einen Eisengohle im Außergefecht setzen, weil der uns angreifen wollte, nachdem ich einen Siedler ganz einfach mal ein bisschen geschubst habe. 12 gebratene Fische für 1 Markt. Ey, die handeln aber nicht unbedingt fair. Das müssen wir auch mal ein bisschen auffüllen, damit man hier wieder reinkommt. Okay. 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 Und da geht's noch höher. Ja, wir müssen also wieder ein Stück runter. Nicht hier hin, sondern hier hin. Nein, nicht hier hin. Okay. Hm. Da hinten, hinter dem Vulkan, da ist unser Lager. Da sehe ich aber noch was am Weg lang, ja eigentlich wollten wir ja den Weg weiter bauen, dann gehen wir doch mal runter. Guten Morgen allerseits. Doch irgendwo muss ja hier unser Weg, ja hier ist er doch. Hier kommt unser Weg an, genau. Und ich hatte gesagt, ich wollte hier mal gucken. Okay. 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 Jetzt überall schönen Keller. Also Keller natürlich in Einführungszeichen. Einführungszeichen. Okay. 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 so und dann den setzen wir mal wieder hier her, damit wir das besser weg kriegen. So, okay, jetzt geht's weiter im Text. So, okay, jetzt geht's weiter. So, okay, jetzt geht's weiter. So. 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 Und jetzt wollen wir mal beigehen und ja, erstmal muss das hier alles weg. Okay. So. So, das ist zu. So. 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 Ja, ja, ja. Goood Okay, jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier hinten am Ende das hinkriegen. Okay. Ja, da muss Schluss sein. Okay. 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 So. So, das haben wir. So, den einen hier weg. Und Erde rein. Und dann haben wir im Grunde hier das soweit hingekriegt. Okay. 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 atellizieren. Okay. Vielen Dank. So und jetzt geht's bergab hier. So, das geht bis dahin und dann geht hier der Kiesweg hier rüber. Ich würde mal sagen, das ist doch gar nicht mehr so schlecht. Das kann da wieder hin. Hier kommt noch was dazwischen. Genau, damit das auch so ein bisschen gleichmäßiger ist, ein bisschen schöner ist. Damit haben wir im Grunde an unsere Straßen das Ganze hier angeschlossen. Okay. 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 Ne, das ist... nicht so toll so und so 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 okay kieses alle was wir jetzt auf jeden fall machen ist das hier mal so ein bisschen zu stopfen ja da haben wir noch dies haben wir nicht es wird wieder hell aber trotz alledem haben wir das ganz gut hingekriegt und wir sind am ende dieser folge schön dass sie da warten mich würde es freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid lasst einen daumen da einen kommentar vergesst es aber nicht bis dann tschüss